Herzlich Willkommen zurück Leute von einem BattleWare mit Kunran Gebuze und Alex. Hallo. Oh, das Schiff die Schäfte geht. Oh Gott. Alles senkrecht bei euch? Nein, alles scheiße, aber der ist schon mehr. Hier liegt ne Shotware unten. Ab ihn. Boah. Okay. Du Wichser. Du Wichser. Gucci Gucci Gang. Bei mir, bei mir Kunran. Oh Gott. Ich komme. Hab ich. Okay. Easy. Da kommt noch einer zu dir. Der ist auch down. Ja. So macht man das. Hier ist noch einer. SW. Ab da. Ist down. Ja, das war das Team. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Neat. Okay. Mal blöd, dass ich Smoke Grenade beim Aufprallen einen normalen HE Sound mache. Ja. So, wir haben alles. Ja. Ich gehe hier noch in das Haus. GG. So, hier haben wir noch Kisten. Grüne M. Also, wir haben die Griechen. Weckernils. Was ist bei dir Dalu? Grüne, ah ja. AK oder M4? Ja, ich weiß auch nicht. M4. Sonst hätte ich AK gesagt. Der war über mir. Ich bring dir Granaten mit Dalu. Ja. Ich werde aber noch oben das Haus eben looten. Ich habe noch vier jemanden, wenn er will. Die noch irgendwas? Ja. Ach du mal eine Pistole für mich? Äh, nein. Warte. Okay, ich weiß, dass man da hochkommt. Also, dass man den Sprung schaffen kann. Also, bevor ich das noch achtmal versuche. Äh, ich hatte eine Pistole. Ähm, die muss irgendwo liegen. Ich habe Handgranaten. Wenn du mir eine Pistole bringst, kriegst du eine Handgranate. Äh, unten in den Schiff. Die Chefs liegen die alle. Da liegen auf jeden Fall Revolver drin, ja. Oh, ich. Das ist grad so peinlich. Ach, ist das nervig. Ist bei euch einer? Moment. Ich bin bei dir unten. Wo seid? Okay. Hier liegt eine normale Pistole drin. Ah, hole ich mehr. Ich habe noch einen M4, wie gesagt. Eine graue, ne? Ich habe selbst einen, ne? Ich krieg's jetzt weg. Bei mir oben liegt noch ein Mini-Schild. Fällt vielleicht aus dem Haus raus? Ne. Wo ist denn eine normale Pistole drin? Oben drin? Ja. Das war peinlich. Da. Ich will noch Granaten nehmen und dann können wir los. Arigatou. War alles heute der Sniper oder was? Ach so, warte. Ich taub auch die Granaten. War Kapuze letzte Folge der Sniper? Ne, gar keiner war der Sniper. Gar keiner war der Sniper, aber Kapuze ist ja Holzfäller. Ja, ich habe immer erst mal gerade. Hier. Hattest du noch keine Sniper, Alex? Ne, Kapuze. Hattest du noch keine? Ich habe noch keine. Ja, dann nehm ich. Will Kapuze ich den Sniper-Dude machen, oder? Ja, dann nehm ich die Sniper. Ich hab keinen Schuss. Ich hab nur einen Schuss. Hä? Er hat doch dannermäßig nur einen Schuss. Danke. Ja, scheinmäßig doch 5. Ne, ne, einer drin. Deswegen kriegst du die, auch wenn du die Loot ist ohne Munition, nur einen Schuss. Total bescheuert. Und wie Loot ist ohne Munition? Bekommst du gar keinen Schuss. Hä? Ne, ne. Was war das? War das für einer von euch? Ich hab nicht geschossen. Ich hab nicht geschossen. Ich hab nicht geschossen. Aber das hat doch jemand geschossen hier. Ja, Kapuze. Ich war das. So wenig Elan heute. Ich bin super schnell. Wie der Flash. Denien. Sehr gefährlich. Keiner mehr Schilddreng und so'n Zeug? Kundan hat einen. Den hab ich mal. Da waren wir grad, oder? Ja. So. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ach, Tell the Power. Die kommen doch bestimmt alle da raus jetzt gleich, oder? Ich glaub nicht, dass hier wer rauskommt. Es sind keine Gegner. Da liegt noch eine. grüne. Schuttgen. Ja, musst du Schuttgen sein, oder? Ja. Und meinst du, kommt noch wer jetzt? Ich denk schon. dann lass uns doch einfach an der bande da war dass wir eine bande ist dann da ist aber wirklich wenig los heute ich hab schon ein Team auseinander genommen geil Wutze bleib ich schnell da hoch zu springen ja ich hab's auch gelassen oh wo sind die Frechtechse hier ist kein Mensch klar ich bin auch da nervös vielleicht geh mal ganz aufs Dach hoch ok hier wurde aber schon alles gelootet außer die Muni Kiste super viele Waffen was ist das denn jetzt war das doch nicht ab doch will ich aber oh ok es wird auf jeden Fall noch da drin gekämpft aber ich hab nicht gesehen wo hier ist ein guter Spot ich komm da auch hin hat jemand noch Sniper Schuss? ne ne nein bau das doch nicht ab du kannst doch drüber gucken der Trick ist eins weg zu sein da kannst du so rumpieken weißt du kannst einfach drüber pieken ja dann müssen wir jetzt raus kommen übrigens äh Gegner NW äh Alex unten hinter diesem kleinen Häuschen da oben auch ja pass auf da da hinten hat ein Hit ja von mir auch also er ist schon unter ich lock ihn raus einer Snape auf uns ja der eine ist down übrigens der andere rutscht runter gerade wie weit runter jetzt am Baum äh unter Baum da ja 60er Schilte er rennt ja der war gut schritte baum ja schade 33 33 33 in der Luft zerlüffelt das Ding ist links waren doch auch noch welche oder hätt ich auch gedacht die müssen jetzt auch in die Zone kommen genau genau das heißt ich glaub Hunden die können jetzt bei uns gleich da reinkommen bei uns sind Steps bei uns sind Steps wir müssen zu den anderen wieder ich dreh wieder um komm ich glaub im Horst drin unten ja 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 ach in welchem Raus da in uns ich hab nur 5 Schuss ich hab ein Medipack und ein Schilddrang ich hab ne neuer Treppenhaus Kapuze ist unten er ist unten auf der Seite am Busch draußen hab ihn 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 ich hab für Kapuze hab ich was gleich ich hab ein Jump Patch so intense kann ich die Skam oder magst du sagen ich hab auch noch keinen aber kannst du nicht nehmen was hast denn du erste Hilfe Boogie Bomb und eine Mini hier oben wenn einer haben möchte nehm die Boogie Bomb mit da noch Granaten komm ich nehm auch die Mini mit Granaten holy fuck wir müssen richtig weit laufen ich hab ein Jump Patch gut man hat auch eins oh nice ich hab nix zum Heilen ja obwohl das ein Medipack gibt ach ihr habt noch eins ok ich mag die Gatlin halt so sehr aber nehm ich den Granatwerfer ich brauchte ja ich brauchte ja ja ich brauchte ja Munition oder ich brauchte ja ich brauchte ja ich brauchte ein bisschen was ich hab 500 ja ich hab 500 ja 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 ich hab ein bisschen ja irgendeiner hat mir die gerade weggekommen jetzt können wir so langsam dann doch was willst du 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 ich würd erst noch laufen da ist die grüne Kill und danach noch springen wenn wir da oben auf dem Berg sind da können wir bauen ich hab nen Kill übrigens kann man nur sagen nice nice und 6 Mini Schilde Kundran glaub ich auf meinen Kundran schau du hast nur das du 6 Mini Schilde hast ja nicht dass du ihm einen skips ja das hab ich natürlich gesagt um ihn einen anzubieten ne du wolltest das ja nochmal fragen lass Kundran sag dass du eins brauchst bitte sag bitte Kundran ja ey Gegner hier in dem Haus der ist auch schwer der wiegt schwer ein Appet ist tot kannst du weiter bauen Zone kommt der hat auch noch keine Schilde gehabt oder sonst nix und kannst äh setzt du kann ich machen äh aber so dass ich sitzen kann bitte super laut die Dinger ey kommt auf deinen Schirm an ich find das nix jeder Schirm hat anderes Sound wow jeder Schirm hat anderes Sound der ähm der ähm der Regenschirm zum Beispiel ist super leise na dann wärs ja eigentlich am smartesten wenn jeder den nimmt hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir unter der Treppe noch einer einer überm Berg hinterm Berg noch hinterm Berg noch oh der hat volle Schild nein hab ich berg noch berg noch berg noch berg noch die Zone kommt halt tot 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 ich muss aber erst laufen weil ich mich nicht heilen kann ich kann ich kann mich ich bin zu low vom Leben her Alex kann aufheben ich hab sex Minishield ich hab nix zum heilen ich muss dann auch laufen ich geh dann was um hier können wir dann gleich wieder neu aufteilen Alex? ja warte ich guck mal das tickt ok ja aber ich hab halt nix ja es reicht ich hab keine Minishield game ich hab sex habt ihr alle keine Bandagen also wir können den nicht heilen ich hab nichts zum heilen ja nix ok warte haben wir nicht da kann sich einer voll heilen damit er außerhalb der Zone hier ist ein Medi-Pack hier groß ja genau das meine ich damit er außerhalb der Zone loote ich bin alles außerhalb der Zone hältst du dich gerade mit dem Medi-Pack außerhalb der Zone? achso ja komischerweise damit ich looten kann ja du hier ich leg meine Pistole dafür jetzt weg ne ich kann nicht mehr Nahkampf danach machen ich hab ja ich kann ihm eine gehen wenn du willst ich hab zwar ne legendäre Silencer aber aber gut das hat eigentlich ich würde mich noch einmal gern downen ich hab nen Jump Pad Dalu hier ja ich down mich noch einmal kapuze ok ich 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 einer kann sich hochleinen jetzt hier mit dem Ding so Minishield hast du noch hast du gesagt? ja die habe ich jetzt 2 in Dalu und 2 in Kunran gegeben warte mal wer hat von euch keine Heilung? ich hab nichts zu machen ja jetzt hab ich auch keine mehr mit dem ich da draußen war Kunran Kunran hat immer noch am ja Kunran Alex hat am wenigsten Leben dann nimm du Dalu ne ne Kunran oder Alex sollten wir sagen ich wollte noch ne Pistole Alex und du Kun heil dich eben durch ne warte mal Kunran hat doch achso nein Kunran du hast Potenzial also ich hab 72 Leben ich hab gleich viel naja Kapuze Brauchst du die Pistole? 24 ja da hab ich noch wenig ja du kannst du Sniper haben von mir wenn du willst ne ich hab auch eine holy fuck du hast 500 Schuss da hast du ne Pumpgun wenigstens? ja uns beeilen aber kannst du die Pumpgun geben wenn du die lieber haben willst weißt du ich hab wieder nichts zum bauen ey er soll automatisch wechseln fortnite please aber nur nach von unten nach oben ja wohl ne eigentlich in beide Richtungen immer das nah nix liegende so gesehen von Holz zu Stein ja aber was ist wenn du Stein hast achso ja dann nach oben äh vor uns Gegner kurz leise die haben uns noch nicht gesehen doch die wir schießen mich einer hat gedau'n die haben auf jeden Fall hier die ist noch nicht wo wir sind dann wer von uns hat n Raketen wer von uns sagt mir nichts ich bin enttäuscht guter ich bin enttäuscht hinten auch der ist im Haus drin rechts unten im Haus und irgendwas anderes schießt auch noch auf mich da hinten am Horizont 30 30 schießt auf uns wo der Wohnwagen ist oben aber das sind nicht die die auf uns schießen ach scheiße Heifer bauen oh aber der Typ ist im Haus und hast du den? ne der ist rausgegangen aus dem Haus weil ich ihn da beschossen habe da hinten schießen auch noch welche 30 ist da was zum heilen jaaaa ist die? wenn wir gleich irgendwie was zum heilen haben würd ich mich auch noch mal freuen ab und down am Haus oh ne leerer Sniper hier 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 ich seh die nicht die schießen ah doch da Wieviel Bandagen oder Geschiss habt ihr denn da? Drei nur. Ich geb dir, ich geb dir, ich geb dir zwei da drauf. Dankeschön. Wir können auch beim Haus und gucken ob der Heilung hat. Da hinten am Horizont, seht ihr? Ja, der hat einen Hit gekriegt. Ist aber ein anderes Team, ist ein anderes Team. Vielleicht greifen wir die, oder? In dem Haus ist übrigens eine Wandfalle, da nicht reingehen. Die greifen im Anderen an, lass dir das. Oh fuck. Ja, auch oben vom Wohnwagen. Wer hat den Medi-Kit hier? Ich habe einen Hit hat oben, hinterm Schein oben. Minitränke? Die wollen den aufheben sehen, denischen? Find ich den doch, wenn du willst. Ist runtergeflogen, oder? Wer hat am wenigsten, da bleibt am wenigsten Leben. Ah, die werden beschossen aber von links, das heißt der andere ist auch da. Was ist denn? Da unten ist ein, ähm... Medi-Kit? Medi-Kit, ja. Genau. Haben, 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 haben. Na, ist das noch einer drin? Die volle, nicht in das Haus. Nein, 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 nein. Nicht in das Haus, genau. Da sind zwei Medi-Kits übrigens. Okay. Nice. Uh, close. Okay, dann lässt du ihn einscheren. Medi-Kit liegt wieder am Boden. Warte, der Schild ranke? Ne, ne? Mini-Schild liegt hier. Mini-Schild liegt hier. Na gut, da ist drauf. Ich bin schon auf dem Weg nach vorne. Weil ich weiß, wo die anderen sind. Die sind halt 345. Leider keinen Platz für die Mini-Schild. Kann ich nicht mitbringen. Oh, jetzt geht's los. Steeren Jones. Jetzt fehlt eins. Ihrer Team fehlt uns noch. Ja, die sind vor, einer ist vor mir. Oben aufm, am, am, rechts, oh ne, ist das Kunde. Oben ist einer, am Wohnwagen. Oh fuck. Er hat auch Alex. Das war der Wohnwagen. Und ich, ihr müsst euch beeilen. Er hat mich einfach angeschossen. Ich blute schnell aus. Äh, Alex, äh, kaputt ist ein Jumppad vielleicht rein. Ich freu mich schon mal, Alex. Fast schon. Ne? 25 Leben. 23. 20. 17. Ich weiß, die schießen auf unser Dings raus. Ja, das ist Metall. Wir, ja. Das ist aber, oh. Das ist Metall, es hält. Guck mal. Er hat aufgehört. Er ist kurz unter uns, Kapuza. Wir pushen uns jetzt kurz dran. Ach, come on. Ich hab den aber. Ja, ja. Pimium. Unriss. Komm, Conan. Haben wir eine gute? Haben wir? Noch einer jetzt, der. Das war der Dude, den ich beschossen hab gerade. Ok, ok, ok. So, wo sind die letzten Dudes? Yes. Ich wär fast in meine Rakete reingeflogen. Oh, und alle haben's überlebt. Boah, geil. Oh, man. Wie viel habt ihr da? Ja, zwei. Drei. Sechs. Elf. Holy shit. Was war denn da? Nein, 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 nein. Siebzehn, dreihundzwanzig? Elf, sechs, dreihundzwanzig? Ja, aber es wird, es wird. Es ist immer solide. Ja, bis dahin. Lasst ein Like da. Schreibt mir an den Verweis. Ciao. Tschü-ho. Tschü-ho. Vielen Dank.